All random Halli, hallo, Hallöchen All random und ich bekomme Oh, Tinker, okay Hab ich schon mal Gespielt Nicht so dramatisch Halte ich mich mal an die Anleitung Bleibt mir immer noch Gut, die Schuhe fallen eben flach Hm Na ja Mal sehen, wie das jetzt läuft Hm 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 Prepare for battle I can try playing Earthspare Absolut So Der, der, auf Dude, Magnus ist easy If you want to swap you, you can swap with me He's gonna kill there Ah, komm, jetzt lass den nicht rausgehen Und, dass das Spiel ungewehrtet ist Dann ist es Subtle Ja doch Wäre, wäre es ähnlich, wenn das Spiel gegen Ungewehrtet bleiben würde So Du musst du Can du press D, du Geist Du Ja, wir haben eine Partei mit dem Thema. Das ist okay, ich werde das mit dem Thema machen. Proceed! No argumenten da. Indeed. Ach komm irgendwo hätte ich mal dranbleiben können. Tinker, you should go mid. Tinker, you should go mid. Geist halt mitgegen. Geist halt mitgegen. Geist halt mitgegen. R.D. Sehr gut. Diese Reichweite habe ich damit eh nicht, ne? Das ist ein bisschen... Ärgerlich, naja. Positively. I do it myself. I should say so. Komisch, wie soll es denn gelootet? Oh, das war zu knapp. Shit! Shit. Da fehlen dann doch irgendwo die Schuhe. Oh, nach der Generation wäre schon nicht schlecht, ne? Mist. Eine hätte ich den gehabt, nur ein bisschen mehr Leben. Entschuldigung. Bip. What the hell? Absolutly. Stop. Stupendous. I'll take that. Then it's subtle. Is this really necessary? Come back, Master. What the hell? Okay. I'll take that. I'll take that. I have to take it. Oh, I have to take that. I have to take that. A little bit. I have to take that. das ist immer da wenn ich das hauptwärtig mal auf schade dass ich da nicht die kraft habe die die Oh, das ist irgendwie... Oh... Oh... Daniel, was are you doing? Meine Sentiments? Exactly! Hazzard suits me! You leave me no choice! You leave me no... Some want man, I should just... Smart money! No! Oh my god, that was nuts. Indeed! That was very admirable. I'm in complete agreement. My bounty, which my matriarch will prize. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Help me, Guy, help me! Im Ernst? Oh! I should say so! Radiant structures are fortified. Killing the screen! Double kill! Ich... War nicht gut. Tinkering about... Komisch, ich dachte... Die wären nicht da. Wie auch immer die jetzt auf einmal doch da waren. Then it's subtle. Then it's subtle. Thank you, buddy! Absolutely! The key for the smoke, was ever so clear. Oh, this is perilous! I should say so! Go, my little friend! Go! Come on, Super Park! Your middle tower is under attack. Hands up! Very well! Shit! No argument there! My sentiments exactly! Was zum... Double damage! Man, ich... Das kann... Hilft mir überhaupt nicht! Smart Money! C.O.B. is coming, Matt! Positively! Are you thinking what I'm thinking? Ich könnte sie eventuell... ... kriegen? Hm? Fuck! Ich hab immer noch viel zu wenig Mano. Nein, 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 nein! Ich bin doch eigentlich gar nicht in der Nähe von der... Okay. Okay. Die Schuhe sollte ich mir vielleicht doch noch nehmen. Ähm... Hm, hm, hm. Ist die Frage... Einen Teil hab ich ja schon. Entschuldigung! We're still testing... Oh, boy... Oh, boy! His own niche now... ...biss him burst. Hm. your bottom tower is under attack my sentiment okay nett ach komm ich bin eh nicht schnell genug da viel zu langsam dafür very well your middle tower is under attack tatsächlich schade dass ich das nicht ich schaffte im out of mana naja gut müssen wir eben gucken ein bisschen rumstehen warten bis mana wieder drin ist ich hab das schon hoffe ich doch wie stehen wir jetzt eigentlich noch beim burst naja was kommt da wieso kommt der da her ja schon auf dem Weg ja wie jetzt was sag ich doch nicht ich sag auf dem Weg ich sag auf dem Weg was auch was auch was auch was auch was auch was auch ist das Sorry, I'm too dead. Sehr dämlich. Ist das irgendwo noch der... ...ser Chen-Mager irgendwo? Mach! 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 Into the frame! Scheiße! Oh dear! Fuck hell, fuck team! Tja, wenn der Laser ein bisschen stärker gewesen wäre... Das ist wirklich... Momentan... Das ist schwierig als Einwand. Ach, dann gehe ich wahrscheinlich... Eigentlich schon ganz okay. Mittelfeld. Zehn, acht und sechs sind die Level momentan. Incoming! I'm gonna go, I'm gonna go Sanctuary. Then it's settled. Good job, good job. Tinkering about. It's good to fucking be on the... ...moaning side of that all. Nice. Huh? No argument there. Can we go for this guy? No, no, no. Get back, get back. Get back, get back. Get back, get back, get back. Quick. Very well. Should have got inflation damage resolution, man. Just get back, gather near the... ...the... 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 ...I... ...probably shouldn't have vaulted. Whoa, fuck. Gimme that. Huh. ...the... 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 ...has... ...sch... ...schade. Ich wollte die doch nur aufhalten. This is gonna be a fucking hard game. But we can win. Yeah. Ich wollte tatsächlich nur auf das Spiel. Wow. Ich bin gar nicht so schlecht, was jetzt das Sterben angeht. Ähm. Grundsätzlich bin ich... ...ähm. Grundsätzlich bin ich nicht... ...so... ...schlecht... ...ähm. In der Partie bin ich eigentlich schon recht. Ich werde die Tars out as quickly as possible. Oh, das ist... ...sperilös. Man, I could have been Tinker. Honestly, I could have been Tinker. Motherfuck. I'm... ...in... ...complete... ...agreement. March! March! ...March! 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 March! ...March! ...March! Warte, war das der... ...Tatsache, denen ihr Top Tower ist, hinüber? Hm. ...Okay. Keine Rune da... ...March! Let's do it. So much shitting. What's going on? What the fuck is that? Oh my god. What the fuck is that? That's... Oh my god. What was that man? You are peep peep. Nah, that's okay. Get your blind dagger as quickly as possible. Hm. Go into the jungle, dude. So. Set. Let's go to the top. I'm in complete agreement. Okay, let's go to the top. I'm in complete agreement. Okay. No argument there. Look at them go. Nah. Yes. Boah. Boah. Da war die Rakete mal echt gut. Who cares? Die Rakete mal einfach weiter. So. Jetzt müsste ich mir mal überlegen, was ich als nächstes haben will. Ja. Ja. Schrauben werden. Shop-Anzeigen. Das ist mal 1250. Oh shit. Holy shit. Life for the tower. Ah, so sieht's aus. Das ist wohl nicht wert. Das ist wohl nicht wert, aber wir haben es getan. Das ist wohl nicht wert, aber wir haben es getan. Was ist irgendwie mit meiner... Enough pain kommt Tinker, you just Hm, okay, okay No argument there Your middle tongue is under attack Okay Thinking what I'm thinking So I should say so Huh, okay Tinkering about Thanks I'm in complete agreement Alright You guys keep picking up the wrong one Very well Indeed That's a bit of life that I gave up That's okay That's all Be careful Bin ich doch Bin auch erst viermal gestorben Im Gegensatz zu Magnus mit elf Und Naga Sirene Sirena Mit fünf Und Earth Spirit mit Genauso vier Oh, ich glaub's Ah, es wird nicht teurer, das ist gut Ähm Was machst du dann? Mega kill No So it does Finish Yeah, they're all bottom Be careful, they're gonna kill you They're all there March! 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 I don't know if you guys can just You gotta let them have it You guys can't fight that Very well Hmm Then it's sunny Sunny Incoming Positively You leave me no choice I'm in complete agreement Your bottom tower Has been denied Hmm Indeed Im Ernst? Was Was ist wieso? Das ist doch nicht so viel Aufwand We're in the dark guys They're all bottom The next fight's down here I don't know Can we fight them? Go go Arty Reverse Polarity Go You're a blank Considered by curiosity Is this really necessary? Hm Monster kill Double kill March! 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 Oh ok Scheiße I can't take much more Assassinate Assassinate Oh my Wann ich hab was denn mit denen? Ich hab schon wieder meine Frau vergessen, damit hätte ich die Morale verpratet. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ihr Top Tower ist untertackt. Okay, ja, sie ist TPing. Okay, eine T-Beam. Oh, hm. Was ist das? Ich habe eine Gefahr beim All-Random. Ich kann auch shit bekommen. Oh, nice. Oh, fuck. Monkey King is so overpowered. Wenn ich schnell an die Frau denken kann, dann klaut er mir eh meinen Warnerteil. Wenn er denn da kommt. Kann ich mir dann damit auch eine verbraten. Ja, da hat er schon recht. Manchmal ist es echt stressig. Wenn die Frau noch. Oh, nein. Oh, nein. Das Mal hab ich ein gutes Team erwischt. Ich meine... Ich weiß nicht, dass wir jetzt mit dem Leben wieder mal... frei reden. Von daher ist das schon nicht schlecht. Von daher ist das schon nicht schlecht. Who needs mana? Monkey King alive. Monkey King alive. Monkey King. Monkey King. Oh, nein. Ich kenne mich mal. Ich habe einen Schuss in der Mitte. Oh, nein. Oh, nein. Das ist ja nicht so gut für den Scheinen. Oh, nein. Komm in. Hm. Das ist ein Schuss. Oh. Dad. Kann ich mir die? Das sei. Nein. Ich kann mich nicht mal abieren. Oh, das ist ja echt, oder? Ich will dir die Begleiter. Oh, nein. Ich will dir die Begleiter. Hier bin ich mein Geist. Ich will die Begleiter. Die Begleiterung ist nicht gut. Ich hab meine V bereit, wenn mich nicht jemand stunnt, dann, ähm, kann man damit kein Problem. Ich hab meine Verteidigung. Ich hab meine Verteidigung. Ich hab meine Verteidigung. Ich hab meine Verteidigung. Das war cool, ich hatte 4 Niche. fragt mich gerade. yacht gesessen! Ich hab meine Verteidigung, ich hab meine Verteidigung. Ich hab meine Verteidigung dabei. Oh, ähm, machen wir mal die Zauberverstärkung. Okay. Was war hier? Schatz, besser. Ne, ich brauche nur noch einen Brunnen. Ich brauche den Brunnen. Und dann kann ich da oben auch helfen. Kann ich schon. Mist. 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 Geh, use your Marshal's machine. Okay. Oh shit. Schade. Aber ich hab noch einen gekillt. Monkey bekommt was. Was bekommt er denn? Könnten wir mal gucken. Ah. Aber mit meiner V bin ich echt super dran. Obwohl ich nur den Ring und die Schuhe habe. Shit. Ich hätte ihn noch hängen können. Okay. Okay. Monkey thing you should push. Okay. Very well. Incoming. Ah, das ist ja. Oh shit. Oh, das war wohl ein bad time. Oh shit. Wenn ich jetzt einen erwische, ich habe auch 700 damage instant. Oh. Ähm. Oh. That didn't go all too bad back. That was kinda horrible. Then it's subtle. Hit the car, hit the... Die versauen sie jedes Mal. Und jetzt ist keiner mehr da. Ja. Das könnte nur sein, da die alle da aneinander gestorben sind. Ist das ein bisschen schniffig wird gleich. Okay. Okay. 800 damage. Komm. Guter Tipp. Guter Tipp. Die versauen sie jedes Mal. Mann, schau' die. Da. Ja... Dammit. Was kinda nice for Andy to make a monkey though. Scheiße Dumped Erst D D Wie sah ich aus? 8 Wie sah ich bei 28? Wie sah ich bei 28? Okay Wie sah ich aus? Wie sah ich aus? Wie sah ich aus? Wie sah ich aus? Ich sollte den vielleicht mal anfordern Ähm Ah, nein Ähm Ähm Das ist jetzt ein bisschen blöd Ich brauche nämlich Nein Doch, die Schuhe da Ah Leck mich da am Ärmel Was sollte das denn jetzt? Ähm Ja, genau Komm schon Lass mich mal näher ran Komm mal nötig Na gut, die Schuhe waren vielleicht auch kein Fehler Ich brauche ein bisschen was an Mana So Okay, behind you guys Finger besser Halt mich mal Halt mich mal Halt mich Halt mich Halt mich weg Halt mich weg Und das nur weil die anderen mehr Leben haben und es bei ihm nicht machen können Ja Ja, Halt So Viel mehr Leben Monkey King Fortschritt Verteubungsschlau, genau Und Ulti Keine Chance für die andere Was ist hier Was ist hier Ahahhaa Ahahhah ... ... ... Ist er... Ist er im Blösen? Ist es gar nicht mehr da beschäftigt Okay, irgendwann muss er da auch mal kommen. Verdammt. Ah, okay. Tinker, push, push. Oh. Als ob ich das nicht gesehen hätte. Als ob ich das nicht gesehen hätte. La da da, la da da. Wow. Sieben Kills, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wer da hier, äh, der, äh, 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 n, y, äh, wie heißt er? Da. Ach, wie heißt er? Ah, n, y, access assassin. Hm, durchschnittlich hat er gut gespielt. Ich, durchschnittlich. Oh, ho, ho, ho. Oh, minus eins, plus, äh, minus zehn Assist, aber plus drei Kills. Ah, gott, ne. So, verrückt. Ah, der wird jetzt nur Empfehlungen bekommen. Ja, auch, der hat's gut gemacht. Ah, gut. Haben wir wieder gewonnen. Ähm, wieder nicht, äh, mein Verdienst oder Löwenanteil bei mir. oder irgendeinen Anteil bei mir. Ich meine, die sieben Kills ist okay, aber, hm. Naja, Sieg. Das zählt. Gut, auf in die nächste Runde. die die der acontece, die er von uns sagte Nada. Na, wo Billy einfach kennt, die Poeche für dich bin und Intelligence gutambten. Nummer eins der Zeit.